Subta Kuremasana, die schlafende Schildkröte, ist eine fortgeschrittene Variation von Kuremasana. Ausgangsposition ist der Langsatz, von hier beugst du die Knie und gibst die Füße etwas auseinander, dann gibst du die Oberarme unter die Kniekehlen, hältst die Knie etwas gebeugt und dann faltest du die Hände hinter dem Rücken. Wenn du die Füße ausgestreckt hast, ist es noch die normale Kuremasana. Subta Kuremasana, die schlafende Schildkröte, ist, wenn du die Füße verschränkst und die verschränkten Füße hinter den Kopf gibst. Du kannst das entweder so machen, wie es Raffaela jetzt macht, ein Fuß ist auf dem Boden, die andere Wade hinter dem Hinterkopf und das ist etwas bequemer. Du könntest auch beide Füße verschränken hinter dem Nacken, das wäre etwas herausfordernder. Subta heißt aber liegend und schlafend und so entspricht die Variation, die Raffaela gerade macht, dem Gedanken von Subta Kuremasana am meisten. Kuremasana bei der Schildkröte gucken ja normalerweise die Hände und Füße und der Kopf raus, was ein Symbol für die wache Schildkröte ist. Und in dieser Subta Kuremasana hat die Schildkröte ihre Füße, Hände und Kopf eingezogen und kann sich sicher und behütet fühlen und so ruhen und tief meditieren. Die Schildkröte